In Tirol wurde in den vergangenen Wochen nicht nur über das Impfen, sondern auch über das Testen geredet. Konkret über die Causa HG Lab Truck. Aktuell läuft die Ausschreibung des Landes für den millionenschweren Nachfolgeauftrag. Ein möglicher Interessent ist die Firma Novatium. Sie soll allerdings mit der HG Lab Truck verwoben sein, wie Recherchen des Standard- und des ORF-Landestudios Tirol zeigen. Mit den Corona-Tests ist das Land Tirol in den letzten Wochen in eine Schieflage geraten. Zu den PCR-Tests der HG Lab Truck prüft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Zusammenarbeit wurde vom Land Tirol beendet. Vor zwei Wochen taucht plötzlich die neu gegründete Firma Novatium auf. Sehr zur Überraschung vieler Beobachter. Als Nachfolger der HG Lab Truck wurde die Firma vorgestellt, heißt es. Es hat eine Videokonferenz mit vielen Beteiligten gegeben, am 26. Mai eingeladen vom Land Tirol. Und da war diese neue Firma Novatium bereits Teilnehmer. Und viele Insider haben sich gefragt, wer ist denn das jetzt? Ein Blick ins Firmenbuch zeigt, gegründet hat die neue Firma ein Jurist und Mitarbeiter der HG Lab Truck. Beim Land Tirol bestreitet man, dass die Firma der Nachfolger der HG Lab Truck sei. Das ist kein Labor. Das ist eine IT-Firma, die praktisch für diese Kooperation aus HG Lab Truck und Virologie die Datenübertragung in die Systeme des Bundes und des Landes vornimmt. Und die arbeiten hier aktuell mit diesen genannten zusammen. Denn Laboren können wir nicht vorschreiben, mit welchen Firmen sie kooperieren. Wir können nur vorgeben, welche Anforderungen sind. Eine Geschäftsbeziehung zwischen dem Land und der neuen Firma gäbe es nicht. Bis Ende Juni läuft der Vertrag mit der HG Lab Truck noch. Gemeinsam mit der Virologie der MedUni wertet das Labor bis dahin die PCR-Tests in Tirol aus. Für die Zeit danach läuft derzeit eine millionenschwere Ausschreibung. Und da gibt es schon gemeinsame Pläne zwischen der MedUni und der neu gegründeten Firma Novatium. Also die Firma Novatium soll wohl dazu dienen, dass als Auffangfirma sozusagen für die Mitarbeiter und auch die Geräte und so, die Labors der HG Pharma, ich sag ja immer, die Mitarbeiter können natürlich am wenigsten noch für das, was alles geschehen ist. Da hat halt ein bisschen die virologische Leitung gefehlt. Wir haben ja da jetzt die letzten Wochen sehr gut mit denen zusammengearbeitet. Man könne das Beste aus beiden Welten vereinen und so schnell viele Tests auswerten, erklärt von Laar. Sie will deshalb gemeinsam mit der Firma Novatium ein Angebot für die Ausschreibung des Landes stellen. Auch um die gut 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HG Lab Truck abzusichern. Ich glaube, die negativen Schlagzeilen hat es ja nicht über die Mitarbeiter dort gegeben. Das ist ja eher der Herr Habeck da, der in die Schlagzeilen geraten ist. Dazu würde ich mich jetzt auch nicht äußern. Diese Pläne stoßen bei der Opposition trotzdem auf wenig Begeisterung. Die Liste Fritz sieht eine schiefe Optik. Aus unserer Sicht ist ganz klar zu sagen, die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, wo die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, wo der Rechnungshof prüft, ist auszusetzen und zu beenden. Und aus unserer Sicht reicht es natürlich nicht aus, da Türschilder auszuwechseln oder Visitenkarten neu zu drucken. Wer die Nachfolge der HG Lab Truck antritt, muss allerdings erst entschieden werden. Die Ausschreibung läuft noch bis Freitag der kommenden Woche. Ab 1. Juli soll die Firma, die den Zuschlag erhält, dann die Analyse der PCR-Tests in Tirol übernehmen. Da ist mit einigen Angeboten zu rechnen. Schließlich geht es um einen geschätzten Gesamtwert von über 38 Millionen Euro.